Meine Schwester Joan und ich sind mehr als Schwestern. Wir sind beste Freundinnen. Wir sind gerade ein Jahr auseinander geboren und seitdem teilen wir alles. Zimmer, Kleidung, Klatsch und Tratsch, Freunde und was weiß ich nicht alles. Meine Eltern waren Diplomaten, also waren sie immer beruflich unterwegs. Und wir kümmerten uns umeinander. Besonders Joan hat immer darauf geachtet, dass ich die Ältere bin. Wir liebten einander so sehr und waren immer für uns da. Ja, nachdem unsere Highschool vorbei war, beschlossen wir nicht aufs College zu gehen und zusammen eine Wohnung zu eröffnen mit einem Café und nannten es Joan und Kathis. Ich habe sogar etwas abstrakte Kunst gemalt und gerahmt, um sie an die Wände unseres Cafés zu hängen. Es hat so viel Spaß gemacht, mit meiner Schwester zusammenzuarbeiten. Aber bevor wir mit diesem Video weitermachen, drückt doch auf Abonnieren und aktiviert die Benachrichtigungslocke. Dann könnt ihr 20 Jahre länger leben. Vertraut mir, es funktioniert. Joan hat mein Hobby sehr unterstützt, da sie wusste, dass ich eine große Leidenschaft für Kunst habe. So hatte sie mich dazu gebracht, an einem dreimonatigen Kunstkurs teilzunehmen, den ich außerhalb der Stoßzeiten besuchte. Ich hatte noch zwei Monate Zeit, um damit fertig zu werden. Eines Tages kehrte ich von meinem Kunstkurs zur Arbeit zurück. Ich hatte vergessen, meine Schürze mitzunehmen, sodass ich Farbflecken auf meinem Kleid hatte. Als ich die Ladentür erreichte, sah ich Joan auf mich zulaufen. Sie hatte ein großes, albernes Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie öffnete mir die Tür und sobald ich eintrat, sprang sie voller Aufregung auf mich und packte mich mit einer engen Umarmung. Hey, hast du heute viel Trinkgeld bekommen? Sie ließ mich los. Nein, red doch kein Unsinn, es ist etwas Besonderes. Das machte mich neugierig, aber ich war glücklich, meine Schwester so zu sehen. Wir setzten uns an den Tisch. Sag's mir doch einfach, sagte ich. Also, sie begann rot zu werden. Ich hab einen wirklich süßen Kerl getroffen, sagte sie. Was? Wie? Wo? Wie heißt er denn? Wie sieht er aus? Sie lächelte albern und sagte, er war heute auf einen Kaffee hier. Er hat geflirtet und nach meiner Nummer gefragt. Ich mochte ihn sehr, also gab ich sie ihm. Sein Name ist Ben. Im Moment gebe ich nur so viel Information. Du musst ihn treffen, um mehr zu erfahren. Okay, ich kann es kaum erwarten, diesen Mann zu treffen, nachdem meine Schwester so verrückt ist. Dann sahen wir auf, wie die Kunden Schlange standen, um Kaffee zu holen. Also standen wir auf. Ich zog meine Schürze an, machte mich bereit und ging an die Arbeit. Die nächsten Wochen waren so anders. Joan hat sich so sehr mit ihrer Textarbeit und ihren Verabredungen beschäftigt. Ich hatte zwischen meinem Kunstunterricht, meiner Arbeit und ihrem Datingleben kaum Gelegenheit, mit ihr zu reden. Die Vormittage waren Stoßzeiten, sodass wir keine Zeit für was anderes hatten, als unsere Kunden zu bedienen. Sobald wir fertig waren, musste ich zum Kunstunterricht. Und wenn ich zurückkam, lief sie weg, um mit Ben auszugehen. Und manchmal blieb sie über Nacht auch weg. Ich freute mich sehr für sie, dass sie jemanden gefunden hatte. Aber ich war traurig, dass ich tagelang keine Gelegenheit hatte, mit ihr zu sprechen. Zwei Monate vergingen einfach so. Mein Kunstunterricht war vorbei. Also begann ich, mehr Zeit im Café zu verbringen. Joan hingegen wurde immer ernster mit Ben. Ich habe ihn noch nicht einmal kennengelernt. Ich kannte nur seinen Namen. Joan bestand darauf, dass sie mir erst über ihn erzählen würde, wenn ich ihn kennengelernt hätte. Gleich nach dem nächsten Tag, nachdem wir dieses Gespräch am Nachmittag hatten, kam ein süßer Kunde. Er war gut aussehend, groß und hatte leuchtende Augen. Es gab keine anderen Kunden, also kam er direkt zu mir. Ich fragte ihn, welchen Kaffee er will. Und er sagte, hallo, meine Schöne. Ich wollte professionell bleiben, also antwortete ich mit einem flirtenden Lächeln. Hallo, Hübscher. Was für einen Kaffee möchtest du? In diesem Moment kam Joan aus dem Zimmer und ging direkt auf die andere Seite. Sie schlang ihre Arme um die Taille des Mannes und sagte, jetzt habt ihr euch getroffen, Katie. Das ist Ben. Und Ben, das ist meine kleine Schwester, Katie. Kaum hatte sie das gesagt, fühlte ich mich schrecklich. Ich habe mit dem Freund meiner Schwester geflirtet. Obwohl es unwissentlich ist, war es zum Kotzen. Ich stand einfach da und starrte meine Schwester an, ohne ein einziges Wort sagen zu können. Hey, geht's dir gut, sagte sie. Ich muss mir etwas ausdenken. Ich kann ihr nicht sagen, dass ich kurz zuvor mit ihm geflirtet hatte. Es fiel mir nur ein, dass ich vergessen hatte, das Licht in unserer Wohnung auszuschalten. Äh, irgendwie so, ja, sagte ich. Das ist schon in Ordnung, sagte sie, Dummerchen. Jedenfalls gehen Ben und ich jetzt los. Kommst du alleine zurecht? Natürlich, habt eine schöne Zeit, ihr zwei. Es wurde mir langsam unangenehm, nur mit ihnen zu sprechen. Genau dann kam ein Kunde herein. Ich seufzte vor Erleichterung und sagte ihm, ich muss mich jetzt um den Kunden kümmern. Danach konnte ich nicht mehr auf meine Arbeit konzentriert sein. Sobald der Kunde mit seinem Kaffee gegangen war, schloss ich den Laden. Ich setzte mich an einen Tisch und begann klar und deutlich über das nachzudenken, was geschehen war. Dann wurde mir klar, dass es Ben war, der das Flirten initiiert hatte. Und das tat er, obwohl er eine Freundin hatte. Von diesem Moment an mochte ich Ben nicht mehr. Für meine Schwester beschloss ich jedoch so zu tun, als würde ich ihn mögen. Am kommenden Wochenende hatten Joan und ich beschlossen, im nahegelegenen Wald zelten zu gehen. Wir hatten ständig gearbeitet und waren so beschäftigt, dass wir dachten, wir brauchen Schwesternzeit. Aber erst in der Nacht vor unserem Plan kam Joan zu mir, um zu reden, während ich auf dem Bett lag. Also sagte ich Ben, dass wir morgen zelten gehen und er sagte, er will mitkommen. Sag jetzt bitte nicht, dass du damit einverstanden warst, sagte ich einem verärgerten Ton. Bitte, 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 Katie, es würde Spaß machen. Ihr beide könnt euch endlich mehr kennenlernen. Außerdem habe ich bereits Ja gesagt. Ich seufzte nur. Komm schon, er hat ein Van, sodass wir nicht einmal dorthin fahren müssen, sagte sie wieder. Obwohl mir die Idee nicht gefiel, wollte ich sie wirklich nicht unglücklich machen. Also sagte ich mit leiser Stimme, okay, gut. Joan sprang vor Freude auf und ging in ihr Zimmer und schrieb Ben eine SMS. Währenddessen war ich so enttäuscht. Ben besser kennenzulernen war das Letzte, was ich wollte. Am nächsten Tag, früh am Morgen, kam Ben in seinem Lieferwagen vor unser Haus. Wir lohnen die Vorräte in den Wagen und stiegen ein. Joan nahm auf dem Beifahrersitz Platz und ich saß hinten. Während der ganzen dreistündigen Fahrt sprach ich mit niemandem ein Wort. Ich setzte meine Kopfhörer auf und hörte Musik. Aber immer wenn ich nach vorne schaute, konnte ich sehen, dass Ben von Zeit zu Zeit einen Blick aus dem Rückspiegel auf mich warf. Das war so unheimlich. Es ärgerte mich, aber ich konnte nichts sagen. Also setzte ich den Hut, den ich trug, auf mein Gesicht und versuchte ihn mit einem Nickerchen zu ignorieren. Nach der Fahrt kamen wir zum Eingang des Campingplatzes. Ben parkte den Wagen. Wir nahmen unsere Einkaufstüten mit Vorräten und machten uns auf den Weg zu einem Hilfsstand. Von dort bekamen wir Pässe und Karten zu einem Campingplatz. Bis dorthin mussten wir eine Stunde lang wandern. Später erreichten wir den Campingplatz sehr müde, aber wir hatten noch Arbeit zu erledigen. Ich bat Joan und Ben Feuerholz zu sammeln und ich sagte ihnen, ich werde das Zelt aufstellen. Aber dann fing Ben an, Ausflüchte zu machen. Babe, meine Beine sind wirklich müde. Es ist ein Problem, wenn du alleine gehst? Natürlich nicht, Babe. Du bleibst hier und ruhst dich aus, antwortete meine Schwester. Sie war so unschuldig. Was für ein Idiot, dachte ich, und begann das Zelt aufzustellen. Joan ging, um Brennholz zu sammeln. Während ich am Zelt arbeitete, kam Ben auf mich zu und fing an, mit mir zu reden. Vielleicht kann ich dir behilflich sein, sagte er mit einem flirtenden Ton. Ich versuchte ihn zu ignorieren. Ich setzte meine Kopfhörer auf und bevor ich die Musik einschaltete, sah ich ihn an und sagte, halt dich einfach von mir fern, okay? Nach einiger Zeit kehrte Joan mit etwas Holz zurück. Wir zündeten das Feuer an und kochten unser Essen. Ich tat so, als würde ich die restliche Zeit, in der wir dort waren, genießen. Aber Tatsache war, dass ich das nicht konnte. Nach diesem Tag nahm die Häufigkeit, dass wir drei zusammen hingen, zu. Obwohl ich das nicht wollte, musste ich es tun, um Joan glücklich zu machen. Er kam zu unserer Arbeit und in die Wohnung. Einmal sahen wir uns alle in der Wohnung einen Film an. Ich habe den Imbis-Teller an beide ausgeteilt und habe ihn zuerst Joan und dann Ben gegeben. Als er mir die Snacks wegnahm, versuchte er, meine Hand zu berühren. Schnell zog ich meine Hand angewidert zurück. Joan hat es nicht gesehen. Sie war zu sehr auf den Film konzentriert. Nachdem der Film zu Ende war, brachte ich die Teller in die Küche. Während ich putzte, kam Ben in die Küche. Plötzlich wurde ich unruhig. Seine Aufmerksamkeit wirkte negativ auf meine psychische Gesundheit. Er kam auf mich zu und streckte seine Hand aus, um sie mir zu reichen. Hier, lass mir dir helfen, sagte er. Vor lauter Angst ließ ich den Teller fallen, den ich gerade reinigte. Er zerbrach und machte ein lautes Geräusch. Ben trat zurück und Joan kam in die Küche gerannt. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? schrie sie. Als sie auf mich zukamen, wurde meine Sehkraft schwächer und ich wurde ohnmächtig. Als ich die Augen öffnete, war ich in meinem Zimmer. Ich war etwa eine Stunde lang bewusstlos. Meine Schwester war dort mit dem Arzt und Ben war gegangen. Als der Arzt mich sah, prüfte er meinen Herzschlag und meine Atmung. Er bat uns, das Krankenhaus in ein paar Tagen zu besuchen und ging. Joan ging mit, um ihn zur Tür zu begleiten. Als sie zurückkam, setzte sie sich neben mich und fragte, was da drin passierte. Ich sah sie an. Sie sah mich mit so viel Liebe an. Ich wollte ihr alles erzählen, aber ich konnte es nicht, weil sie so glücklich mit ihm war. Ich wollte ihr Glück nicht sabotieren. Also, ohne etwas zu sagen, brach ich in Tränen aus. Joan begann, mir die Tränen abzuwischen und bat mich, nicht zu weinen und ihr zuzuhören. Nachdem ich eine Weile geweint hatte, blieb ich stehen und hörte ihr zu, während sie sprach. Willst du mir sagen, dass Ben dich mochte und mich nicht? fragte sie. Ich war schockiert. Wie hat sie es erfahren? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber jetzt, da sie Bescheid wusste, musste ich ihr alles sagen. Joan, ich habe versucht, es zu ignorieren, weil du so glücklich warst. Ich wollte dich nicht verletzen. Es tut mir wirklich so leid, aber glaub mir, ich habe seine Aufmerksamkeit nie genossen, sagte ich, als ich gerade wieder anfangen wollte zu weinen. Aber bevor das geschah, erklärte mir Joan, was geschah, nachdem ich ohnmächtig war. Sie erzählte mir, dass Joan, nachdem der Arzt eingetroffen war und mich behandelte, Ben über das, was passiert war, befragte. Wie üblich versuchte er, Ausreden zu suchen, aber Joan ist nicht auf diese Lügen hereingefallen. Sie gab ihm eine Ohrfeige, drohte ihm, sich unser Café oder Haus nicht mehr zu nähern und jagte ihn hinaus. Dann entschuldigte sie sich bei mir. Es tut mir so leid, dass ich es nicht früher gemerkt hatte. Ich habe dir das alles zugemutet, sagte sie und fing an, emotional zu werden. Wie wäre es, wenn du es wieder gut machen würdest? Indem du mich, den Typen, mit dem du das nächste Mal ausgehst, vorher gründlich recherchieren lässt. Wir fingen beide an zu lachen. Ich war so froh, dass ich meine Schwester zurück hatte. Danke fürs Zuschauen. Bitte teilt doch eure Geschichten in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren und andere Videos des Kanals zu sehen.